So ohne Begrüßung laufe ich jetzt Aurora und hab schon 43,3% getaft ja so zu einer spontan Oh-ho-ho. Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Okay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 So, komm raus. Blöder Blatt. So, und da durch. So, kann ich weiter gehen. Okay. So, jetzt haben wir die Hälfte angekommen. Schön. So, jetzt haben wir die Hälfte angekommen. Dann werden wir die Hälfte angekommen. So, jetzt haben wir die Hälfte angekommen. hey so so der unglückliche riese ist gefolgen ja 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 dumm 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 Klav, klav. Klav, klav. Klav, klav. Klav, klav. 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 Das war's für heute. Lalalalalalalala oh hinkle bind hinkle bind hinkle hinkle bind Inkel, 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 Inkelbein! Da 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 da! Da war noch einer, schnell weggesnackt. Snacky Snack, Scooby Snack, Scooby Doo, yeeeeh! Snack, Scooby Doo 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 gut 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 so da sind wir bald durch die erste Runde und drei Ründchen habe ich noch gut 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 Trudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud So, noch ein paar Etagen, dann haben wir es. Wir haben es gleich geschafft! Jaaaaaaaah! So, so, kippt um! Knife on Mond! Messer am Mund! Rambussong Background! Was? Was schreibt der denn Lavia von mir? Was schreiben die denn da? Versteht's nicht! Die ganzen! Egal! Das war doch unglaublich clos ! Okay? Egal! wir da aufgesnackt von Skidu, to one lock it to the door, ja schön, vielleicht sollte man doch täglich aufnehmen, also einfach mal spontan weitere tägliche Aufnahmen durchführen, dass ihr dann sieht den Fortschritt, 43,4% schon, ja, komm, laufer noch eine Runde und dann mach ich was anderes, mal schauen, Niklas, komm, nau, show, mi, was, das ging mir so schnell, fandammt, oh, alle weg jetzt, du controlst alle töele Illusion, tu, elf löschen, ja, Oh, ein Lötchenstädter. Das ist was sie sagen in den USA. Da stand, der Fünfte. Da stand, ich. Ich habe keinen russischen Akzent. Das war das Jera. Prüferungsfragmente. Die brauchen wir. Um Müll herzustellen, was keiner mehr braucht. Prüferungsfragmente sind Dingsgedöns Müll. Was passiert, wenn Creeper einem Frosch begegnet? Natürlich. Ein Knallfrosch. Hö, 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 hö. Pyum, 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 pyum. Pyum. So. So. da habe ich auch war die lukas akadier park bitte fünf minuten beginn rein in die auslösung und ankämpfe führt eine ehre was für eine ehre ich habe da eh keine chance hinter ihr schon alle level 85 nur ich nicht ich bringe noch ein bisschen daher ich hoffe erst mal das wo ich noch xp bekomme aber drei prozent krieg niemals zusammen niemals und warum nicht natürlich momentan flammstadt immer noch eine runde geht flammstadt bräuchte 15 minuten und dadurch zu sein ja ha 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 Das wird sowieso jetzt dauern und 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 dauern, dauern und dauern, dauern Oh, voll, 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 voll. So. noch mehr knallfrösche soo 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 Hmm. Oh Ach ja, ich wollte sowieso mal noch was testen, wenn ich hier fertig bin. Ich bin total verhessen. Vielleicht funktioniert es ja. Warte ich noch vor, aber... Na, mal abwarten, mal abwarten, abwarten. Ja, ja. Abwarten, abwarten. Ja. 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 34,5 kriegen wir aber noch zusammen. Äh 43. 5. Genau. 38, bald wieder durch. Alles schön. Tschüss. Dieser Thanos. Elf. Elf. Elf noch. Elf noch. Elf noch. Jetzt noch 10. Der wird mir nie durchlassen. Habt ihr gesehen? Dieser Böse-Bub. Portal. So, verrunnen. Tschüss. Äh, da lang. Du 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 Und es geht weiter. Biuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuu. tüte noch sechs noch sechs eben das und zweit es gibt ja noch noch einen dungeon wo man sind herkriegt da muss ich mal schauen ob ich das hinkriege aber ich mache es erst mal auf screen um zu schauen ob ich das schaffe jetzt mal vortasten tür also nach dieser zweiten runde aurora wenn ich erstmal die aufnahmen und guck erst mal auf screen ob ich da überhaupt durchlaufen kann so die eine gruppen dann schon so ja war aus der redner evolution kristall 1 das brauche ich unbedingt sie sind voll selten meine tasche ist überall voll ja schön so und jetzt kommt ein buch vom zweiten mal guck mal darauf herum der folge starren der redner version kristall 1 diese voll selten ladebilder ok das war das mal für diese aufnahme wir sind nicht noch damit tschüss